hallo liebe leute willkommen zum neuen video auf meinem kanal heute machen wir das nähren unikat dafür müsst ihr die missionen müssen nicht aber kündig verfolgen was ihr machen müsst eine matchroute holen also eine posenroute hashtag allen sehr harten nehmen mückenlarven raufpacken also eine posenroute mit einer haken und mückenlarven dann hier zum nähren rüber hinfahren um 8 uhr stellen das ist ganz wichtig dann auf diesen spot hier gehen dann wie schon angezeigt wir müssen auf diesen felsen hier hinsteigen und es wird angezeigt auf diesen bereich werfen tut mir leid wenn ich komisch rede ich habe meinen spannen neu reinbekommen und jetzt bekommen wir gleich den fisch äh die tiefe weiß ich nicht aber ich hoffe das wird vor dem spiel einfach rein gemacht dass man einfach mit jeder tiefe den fisch fängt habt ihr schon auf anderen latons gehandelt war sehr einfach und damit fisch und es ist nicht der antestart oder was ja um morgen einfach mal krähen schon wieder müssen wir hier aus um so können wir jetzt auch wenn ihr zum beispiel nicht den einzigen artigen oder auch nicht die auswohnung habt aber ein Nährgeweber hier findet ihr einfach roter fische weiß nicht wofür man die brauchte aber wenn ihr irgendwelche missionen habt ihr wisst hier findet man die ja kölner herrscher ein sagen mit dem namen perfekte ich kann man auch eine andere konnte die auch ganz viele andere fische als jetzt roter fische mann hier aber ich glaube der zweite war erst der 1 jähriger und dann hat die ein glaube ich ein trophien hatte ich vorher oder zwei trophien der 1 jährigen an der 1 jährigen fängt man schnell wichtig halt auch um 8 Uhr stellen hol der easy pizza raus ist das der einzige artikel und ich frage mich gerade ob der optimistische mehr verpackt ist wo kommt ich jetzt ja morgen einfach nur raus und bekommen ich hab sie kapfen wenn ihr gewusst dass hier kaufen ich glaube ich muss immer wieder und mal was er konnten können wir irgendwann noch leisten machen um das zu machen ich hoffe gleich er weiß irgendwann gleich an Ich kann ja gleich noch mal zeigen, welche Tiefe ich habe, wenn es Sinn macht. Die Tiefe, welche Tiefe habe ich denn? Ich habe 60 cm, ich werfe mal hier hin, damit das treibt, aber trotzdem noch in dieser Rundenkreis. Immer noch nicht, wir wollen die Farben, er hat den ganz easy raus, da war glaube ich ja wirklich der erste, der erste oder zweiter Triller auf dem anderen Accounts. Sonst, warum das jetzt hier so lange dauert, weiß ich jetzt auch nicht. Gleich ist schon 19 Uhr, ich habe nicht einmal für meine Mathearbeit gelernt. Ich glaube, ich habe einen Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel. Das kann er sein, der ist groß. Und das ist er wahrscheinlich auch, oder? Ein Trophäen, ja moin auf irgendeiner Basis. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, welche große und welche nicht große. Das kann ich soba. das kann er das kann er diesmal sein oder wer Trophäen das Park es ist ja der einzigartige Rotor Sonnenfisch schönes Tier und das war's mit dem Video das ist gerne eine positive Bewertung da und ein Abo würde ich mich sehr doll freuen und das war's Tschüss